Norddeutscher Rundfunk 2021 Hey, kann ich dir helfen? Was willst du mir helfen? Was ist das Problem? Ich weiss es nicht. Mach mal den Motor oben auf. Schau, das war das Rollen. Hey super, wie hast du das gemacht? Ich lerne eben Mechatronikerin bei der AMAG. Es ist ein mega spannender und wie du siehst auch sehr nützlicher Beruf. Danke vielmals. Gerne geschehen. Ich würde einfach noch in die Garage gehen und schauen, ob es einen Fehler geht. Das mache ich. Schönen Abend. Tschüss. Heisses Auto. Ohne einen heissen Typ. An meinem Beruf Automobilmechatronikerin fasziniert mich die Vielfalt. Unsere Arbeit ist sehr abwechslungsreich. Man lernt immer Neues dazu und kein Tag ist gleich wie der andere. Wenn die elektronische Systeme im Auto einen Fehler meldet, zeig mir das Diagnosegerät schnell und präzise an, wo sich der Defekt befindet. Das ist sehr hilfreich. Es setzt aber auch voraus, dass du eine schnelle Auffassungsgabe und Freude an Elektronik und Informatik hast. Die Führerprüfung gehört ebenfalls zur Ausbildung. Es macht viel Spass, die neuesten Fahrzeuge lenken zu dürfen. In der AMAG Betrieb werden wir an der modernsten Diagnose- und Messinstrument ausgebildet. Vom Werkstattchef bis zum ganzen Team nehmen sich alle Zeit für uns Lernende. In unserem Beruf zählen nicht nur Muskeln, sondern vor allem Köpfchen. Das Herz des Autos ist der Motor und die Mechanik. Ein Motor ist wie ein Megapuzzle. Es hat so viele Teile, dass es einem fast schwindelig wird. Aber es ist total spannend, wie all diese Teile zusammenspielen und zu einer komplexen Maschine werden. Es kann auch mal stressig werden. Das ganze Team ist gefordert und alle müssen unter Zeitdruck eine tolle Leistung bringen. Aber jeder packt mich an und das fördert auch unseren guten Teamgeist. Gestern Abend nach der Disco konnte ich das Gelernte vom letzten überbetrieblichen Kurs anwenden und einem Jungen mit einer Panne helfen. Dieser hat schön gestaunt, dass eine Frau sein Auto reparieren kann. Dass die AMAG an verschiedenen Standorten eigene Ausbildungszentren betreibt, finde ich schon genial. Da werden wir auch optimal auf die Abschlussprüfungen vorbereitet. Ich wurde jetzt in das AMAG Young Talents Förderprogramm aufgenommen. Weil ich gute Leistungen gebracht habe, konnte ich an einem offiziellen Weiterbildungskurs teilnehmen. Mega cool! Zusammen mit erfahrenen Mechatronikern aus der ganzen Schweiz habe ich alles über Klimaanlagen gelernt. Um das beneiden mich meine Schul- und Arbeitskollegen. Ich möchte nach der Lehre einmal die Weiterbildung zum Diagnostiker machen. Und später vielleicht noch den Werkstattkoordinator oder den Betriebswirt anhängen. Oder wer weiss, vielleicht einmal den Bachelor of Science in Automobiltechnik. Darum besuche ich während der 4-jährigen Lehre die Berufsmatur. In der AMAG stehen einem nach der Lehre alle Möglichkeiten offen. Wir sind stolz darauf, zu der AMAG-Familie zu hören. Lüte an und komm vorbei für einen Schnubertag. Alle Informationen findest du unter www.amag.ch